gleich zum test der besonderen so und jetzt kommen wir zum test worauf ich hinaus wollte wir testen heute im vergleich die laser balls die speedrunners und die mosquitos von leslie die sind von agento das sind die laser balls mit denen fangen wir an dann geht weiter zu den speedrunners und dann zu den mosquitos laserball agento starke geschichte hat den anderen gleich entzündet richtig richtig gut also einer gegen hoch einer gegen links die sind hartnäckig dann machen wir hier auch beide speedrunners speedrunners ich liebe diesen sound und jetzt geht es weiter zu den beliebten mosquitos mega mega geil ich liebe sie alle aber wobei ich sagen muss die agentum laser balls die haben mich jetzt gestern auch nicht so fasziniert aber naja ja